Das ist ja ekelhaft. Oh Mama. Von Arm ist es noch hässlicher. Lass uns mit der Analyse beginnen. Warte, was ist denn das? Ich hab mir wirklich schlecht. Meine Güte, weißt du, was das hier ist? Das ist ekelig. Nein, das ist die Fruchtblase. Wir sehen uns den Embryo an. Zwillinge. Nichts für ungut, aber nimm das Ding da weg. So ein Schlammerschall. Ich glaube, da... Erträgt meinen Spongebob raus aus meinem Schlafzimmer und lasst meine Zentakel los. Es ist aufgewacht. Los, den Schurken schnappen wir und...